Willkommen in Runcorn Station. In dieser Einführung werden wir lernen, wie man eine Dampflokomotive der LMS Daniel Class 8F in schwarzer BR-Lackierung fährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute übernehmen sie einen Güterzug nach Ditten. Diese Lokomotivklasse wurde zwischen 1935 und 1946 gebaut und war als Frachtversion der überaus erfolgreichen Black Five Lokomotive konzipiert. Klettern sie in den Führerstand, um zu beginnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bereiten wir die Lokomotive auf die Abfahrt vor. Mit der Steuerung stellen sie die Fahrtrichtung ein und auch, wie viel Kraft anzuwenden ist. Bringen sie die Steuerung in die Position voll vorwärts. So erhalten sie die maximale Kraft, um den Zug in Bewegung zu setzen. Wenn sie an Geschwindigkeit gewinnen, müssen sie die Steuerung zur Mitte hin bewegen, um Kraft zu sparen. Diese Lokomotive hat zwei Bremstypen, Dampf und Vakuum. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar, Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Verwenden sie die Kombinationsbremse, um beide Bremsarten gleichzeitig anzuwenden. Unterdruckbremsen werden gelöst, wenn Unterdruck im System vorhanden ist. Um die Bremskraft anzuwenden, wird vom Lokführer mit der Kombinationsbremse wieder Luft zugeführt. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Der kleine Auswerfer sollte beim fahrenden Zug geöffnet bleiben. Der große Auswerfer kann verwendet werden, um den Unterdruck nach den Kuppeln oder starken Bremsen schneller zu erhöhen. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem diese stehen gelassen wurden. Wasser in den Zylindern kann die Lokomotive beschädigen, dass nicht die Dampf komprimiert. Der Regler wirkt für die Dampflok wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf an die Zylinder abgegeben wird. Öffnen Sie den Regler langsam, um die Kraft einzusetzen. Denken Sie daran, dass die Leistung in einer Dampflokomotive verzögert abgegeben wird. Zu vieles Anwenden von Zugkraft kann zu Randschlupfen führen. Jetzt sind wir in Bewegung und können den Regler weiter öffnen. Wir nehmen jetzt Anfahrt auf. Bewegen Sie die Steuerung in Richtung des mittleren Werks. Das reduziert den Waffeinlass in den Zylinder und spart Energie. Ne笑te sie dort ein Stück明 shame. Jesus würde gut aus com. Das war ein Stück real, dass die Oberflok сильно war. Und her gräß reiß learning, der und zазд已经 zwischen Rundern liegt. Stech aus Berlin, dass es theat sexual gerecht ist. Bedrohung des Dr Maßstolких Oberflok Benet�merer und Lauderdchoge Sie아요. Paršen für Flokos Hölde der Wilderson von Wilhelmi Wemen Reisbent Quéger und Annahe diesesidé. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020